Nein! Er Hurensohn hat sie! Lauf! Digga, warum? Warum? Ich hab nur ne Hand, lauf nicht so weit weg! Scheiße! Shut up, John! Jetzt! Jetzt darfst du schmacken! Hallo! Ja okay, gut! Hallo! Hallo! Also wir üben... Wir üben das nochmal! Ja ähm... Hallo meine lieben Kartoffeln! Na? Die Knappen das hier immer alle weg und vor euch das überhaupt... Irgendwie... Wo bist du? Ja komm her! Du musst auf Shift drücken, was? Komm her! Wo bist du denn? Ich hab hier 8 EP-Flashen, ich bin Level 3 mein Freund! Level 3! Hier, ich hab ne Brustplatte für dich! Da! Ja! Nein! Er Hurensohn hat sie! Lauf! Digga, warum? Warum? Haha! Ich hab nur ne Hand! Lauf nicht so weit weg! Scheiße! Ich kann... Er hat ein Schwert! Er hat ne Angel! Er hat ne Angel! Er hat ne Angel! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Das guck ich mir jetzt noch an! Der andere! Der andere! Der andere! Der andere! Der andere! Töte ihn! Los! 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 Du hast nen Bogen! Du müsstest meinen Bogen und Pfeil und so eingesammelt haben! Du schlägst mit der Rüstung zu! Bist du eigentlich völlig behindert? Digga! Ich hab doch nichts anderes in der Hand gehabt! Ja ok! Ab in Hab! Scheiß Runde alter! Immerhin bin ich... Hab ich jemanden getötet und bin ich gleich gestorben so wie du! Wow! Ähm... Ich hab mich hier festgebackt! Ich bin auch hier irgendwo... Wo bin ich denn? Ich bin im Nirgendwo! Du auch? Ja! Ich muss irgendwie auch mal hier... Hub! Ich kann nichts machen! Yes! Ich kann nichts machen! Ich bin unter... Unter der Erde! Ah! Jetzt bin ich drin! Ich bin im Hub! Ja ja! Ich such mir jetzt einen neuen Server! Du kannst aber sagen auf welchem Server wir spielen! Ich hab keine Ahnung! Gau mal HD du Lappen! Ach ja! Und was spielen wir? Deathmatch! Last Team... Last Team Standing! Keine Ahnung! Das ist in Rival Games! Yo ich bin rausgeflogen! Zeitüberschreitung! Die Party wurde aufgelöst! Ja oah das läuft ja super hier! In Party einladen! Ich bin online! Ich hab dich schon wieder eingeladen! Party... Accept... Lore... Potato... XO XO... Und immer diese ganzen... Ungespielt Fanboys! Und diesen ungespielt Anzug! Okay... Ist der Party beigetreten! Guck mal da bin ich! Zeig! Bam! Und du bist bei mir! Oh ich bin so stolz auf dich! Endlich haben wir mal was geschaffen in unserem Leben! Jetzt muss ich nur noch das Jump'n'Run hier oben schaffen! Und dann... Dann kann ich echt schlafen gehen für heute! Was für ein Jump'n'Run denn? Wo ist denn der? Hier oben? Guck mal nach oben! Wenn du den Gang oder gehst... Ich laufe hier grad irgendwo stumpf irgendwo hoch! Ich hab keine Ahnung! Ja genau da bist du richtig! Da bist du richtig! Andere Richtung! Andere Richtung! Du musst jetzt da raus! Die Tür raus! Also... Da genau! Und hier lang! Hier die ganzen Blöcke! Das ist das Jump'n'Run! NAAH! BABIDI BUBIDI! Voll billig das Pilze! Das wird ja noch schwerer! Du Nude! Ich bin rausgeflogen! Ich bin rausgeflogen! Du lagst! Du lagst wie Sau! Ich lagge nicht! Du hast auf jeden Fall ein Paket, Balut! Und du stinkst nach Fisch! Jaja... Bist du in der neuen Lobby mit mir? Ne bist du nicht, ne? Doch da bist du! Jump'n'Run! Jump'n'Run! Run, 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 Run! 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 hingeschte deine Freundin sie muss! Das wird sie finden! Ja... Außerdem entspricht das der Wahrheit! know... dass macht uns Ich dachte, ich sollte echt eingewiesen werden! Hab' du lachen jetzt mal?! Dein Kopf landet ja auf der Tastatur jetzt! Rangers mit Lachen jetzt! Das ist ja, ey. Ey Nils, ey Nils Krüger, Nils Krüger. Wie komm ich schnell in die Mitte? Sag mal. Doppel W, dann sprintest du und immer springen. Wenn du springst und sprintest, bist du am schnellsten. Und ich würde jetzt nicht ins Wasser springen. Alter, das leckt ja hier auch, du. Nein! Oh, die haben alle was zu essen übersehen, komm mit. Folge mir, hier unten. El-Homo, Simpsons, El-Barto und El-Homo, El-Barto und El-Homo. Die Schutzzeit ist vorbei, oh mein Gott, sie kommen und werden uns holen. Du schmeißt mich hier runter, oder was? Nein, 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 da fehlt nur ein Block, äh. Ficken, ficken. Na, ich komm noch nicht hoch. Ich bin gleich oben. Ich schaffe es. Ich bin am Rand noch hochgelaufen. Am Rand der Existenz. Verdammt. Was? Na du, was machst du da? Sieht ganz gut aus. Na! Das kommt alles wieder. Ich versuche mich hier hoch zu backen. Achso, du versuchst den Block backen. Ich komm hier aber nicht hoch. Ich bin oben. Das ist ja El-Homo. El-Homo. Like a homo, like a broken hole, nothing's gonna stop me. Sönke. Hallo, Sönke. Na? Oh, hier oben ist ein Haus, Digga. Ist so ein richtig kleines Haus. Ah! Verpiss dich! Oh, hier sind Goldapfel. Ich werde geschlagen und ich schlag hier nur mit so ner blöden Pflanze zurück. Ah! Ich glaub du bist tot, oder? Ja, jetzt bin ich runtergefallen. Hahaha! Er hat dich trotzdem getötet. Ah! So einfach. Hier ganz oben waren zwei Thronen. Da war voll coole Sachen drin. Ja toll, das hab ich nicht mehr miterlebt. Ja, warte, ich versuche mir den zu snacken, Digga. Ich hab nen Goldapfel. Ich bin irgendwo hochgegangen, wo ich nicht wusste, wo du hochgegangen bist. Ja, egal. Du kannst mir jetzt zuschauen, wenn du machst. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn die Nude, Alter? Wo ist die Dreckslatte? Oder? Oh mein Gott! 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 Ich bin tot, ich bin runtergefangen. Die habe ich runtergeschlagen. Ja, super toll, toll! Hab, neues Spiel! Neues Spiel! Das bringt den Spaß! Ich sag ja, wir spielen doch am besten Creators Mod. Doch, das bringt Spaß! ganz viel sport das spiel betreten wir müssen uns angewöhnt zusammen rumzulaufen und verkacken wir gegen andere teams das ist echt nicht mehr schenken sprich es aus in einer party ja wir sind aber wenn du drückt dann kannst du die ganzen mitglieder hier ich will ich dir auch neben dir ja ich habe gesehen du bist du mit durchgelaufen und gott ist eine aufnahme sie ist ach ja was schreibst du schon wieder er sagt folgen wir einfach ich sag gehe nicht mit fremden leuten mit da kam nichts an ja egal und los geht's hallo asiate hey nils hey nils hey nils hier hallo dieses hd face warum sieht es eigentlich so aus als würdest du dir einen runterholen wenn du damit denkst das ist ja abartig ich guck woanders hin ich ähm wurde mir gern ein runter beim winken junge mach es doch einfach steht da hab ich auch gelesen ah ich hab was zu essen gekriegt ok komm mal potato ja potato am away bitch Rogue god und nigger 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 or hostfloresмерcie holz CHEERING andellow dass die kiste hier habe ich ja schon ausgenommen Du Läumel. Ich Läumel. Ja, der war gut. Die Menschen werden mich dafür lieben. Lieben werden sie mich. Nicht mal deine Freundin liebt dich wirklich. Sie hat selbst gesagt, das war scheiße. Du bist voll verletzend, Digga. Wow. Du kannst dich da oben vergraben. Du kannst die Treppe... Du kannst die Leiter kaputt machen. Ja, ich bin irgendwo draußen und suche mir eine blöde Kiste, wo was drin ist, damit ich jemanden verhauen kann. Ich würde ja gerne mit dir zusammen rumlaufen, damit wir nicht wieder verrecken. Tatsächlich, ich habe drei Leitern gekriegt. Wollen wir uns da oben verstecken? Wir können uns irgendwo sehr gerne verstecken, wo wir die einfach dann runterprügeln können. Ah, guck mal, hier ist eine Kiste, glaube ich, hier, oder? Oh ja, ich habe ein goldenes Schwert. Hast du eine Hose? Ich habe eine Hose für dich. Du kannst dir aussuchen, Leder, Gold oder Ketten. Ich habe Diamant irgendwas gefunden. Zeig mal. So, warte mal hier, ich habe ein Schwert, ich habe hier so eine schöne Lederrüstung, ich habe hier so eine schöne goldene Hose. Ja, ich habe auch was zu essen. Willst du nicht lieber die Lederhose? Ja, ich habe das... Hast du noch was anderes zum Waffen? Excalibur habe ich. Ich habe eine Diamant-Achse, habe ich noch. Kannst du mir die geben? Ja, wie drobe ich die nochmal weg? Auch cool, danke schön. Dann lass uns losgehen. Los, Lägen, auf. Let the hunt beginn. Und wo verstecken wir uns jetzt? Komm mit. Ach nee, ich habe die... Wollen wir etwa hässlicher Camper sein, oder? Ich glaube, ich habe die Leiter hier irgendwo hingeworfen. Aber ich bin hier irgendwo reingefallen in so ein Loch. Oh, Loch. Loch gesagt. Ich habe die Leiter nicht mehr, Dinger. Oh, du bist so schlecht. Ich weiß nicht, was ich gerade damit gemacht habe. Oh, oh. Komm her. Oh, Kiste. Ich habe hier einen Kompass für dich, dann sehen wir, wo die Gegner sind. Das ist sehr gut. Der rote Pfeil zeigt den nächsten Gegner an, aber in meinem Fall ist du das. Wow. Das ist schlecht. Aber, ja. Komm, wir werden zum Bergsteiger. Yo, 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 yo. Nigger, nigger, nigger. Ich sollte auch wenn das so oft zu sagen. Ich glaube, ich mache mich damit umgenutzt. White Power. Ach nee, das ist ja noch schlimmer. Oh, shit. Alter, warum bist du denn reingedümpelt? Egal. Ich komme ja wieder raus. Wir verstecken uns einfach hier unten in den Löchern. Die sind die Lochwanter. Dann kommen wir aus der Erde gekrochen. Nee, ich versuche mich jetzt hier wieder hochzubacken. Wer töten euch? So, ich guck mal hier, ich guck mal auf hier irgendwas. Verteidige mich mal, ich versuche mich mal hier hochzubacken. Ich sehe zumindest nichts, was sich bewegt. Das könnte natürlich aber auch daran liegen, dass es einfach nicht angezeigt wird, auch die Entfernung. Wow, hast du eine Spitze? Ja, ich bin oben. Nein, ich bin durch. Egal, der Back hat mich gerade wieder runtergehauen. Das ist bestimmt richtig spannend in der Aufnahme. Ja, du schießt halt, äh, 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 schießt, sag ich schon. Schlägt halt einfach aus dem Loch heraus. Ja, ich bin der Lochschläger. Geh doch mal nach links hoch. Da, nach links, nach links. Nein, warte, ich will jetzt, ich bin gleich in einem Stein drin. So, jetzt. So. Ja! Boah, hat mich das aber erst. Jetzt habe ich aber Hunger, du. So. Wupp, 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 wupp. Kicken wir mal weiter. Hier, du könntest ja mal Blumen für deine Freundin mitnehmen. Braucht die nicht, wird überbewertet. Die kriegt wahrscheinlich von einer Blume mehr Nutzen als von dir. Super, super. Nö, die kriegt schon, die kriegt noch andere Sachen mit Stählen. Eis zum Beispiel, ja, ja. Eis am Stiel. Oder unten ist eine Truhe. Kommst du, wo bist du? Ich, ich hüpf dir hier hinterher, ich komme gleich mal oben runtergesprungen. Ach, da oben? Ja, ich sehe dich. Direkt unter uns ist eine Truhe. Da unten ist eine Fackel, was ist da? Da können wir eigentlich mal nachgucken. Go on fuck yourself. Oh, in der Truhe ist ein benutztes Feuerzeug. Wow. Das ist natürlich... Das ist kritisch. Wo bist du da oben? Hast du denn deinen Ausweis dabei? Bist du denn schon 18? Darfst du das Feuerzeug schon benutzen? Nein. Olaf. Olaf. Okay, wir sagen jetzt immer Olaf. Einfach Olaf. Einfach Olaf, weil Olaf Olaf ist. Ja, weil Schulz out ist. Übrigens, ne? Man fickt nicht mit dem Ficker. Mein was? Man fickt nicht mit dem Ficker. Richtig. Das sehe ich genauso. Ich habe das heute zu meiner Lehrerin gesagt. Ich glaube, jetzt fickt sie mein Zeug. Ja, das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass sie dich nicht leiden kann, sondern einfach, weil du so dumm bist. Aber... Da unten ist noch eine Truhe. Ich gucke jetzt mal hier oben. Ich habe eine Eisenhose für dich. Ich habe eine Eisenhose. Wo bist du? Wo bist du, Bruder? Du hast eine Eisenhose? Wir müssen aufhören und so weit... Ja, ich habe eine Eisenhose. Was soll ich mit Eisen? Eisen bringt mehr Rüstung als eine Goldhose. Dein Ernst? Ja. Das wusste ich noch gar nicht. Warte, hier. Warte, warte. Hier, ich bin hinter dir. What the fuck? Hier hast du die Hose. Gib mir die Hose. Ich gab dir die Hose. Iron Leggings steht da. Das ist natürlich sehr sexy. Wow, was sind das hier für Steine? Diese Obsidian-Dinger. Wenn du die anhaust, fliegen die weg. Wieso komme ich hier nicht weg? Loll, wenn du die Dinger haust, teleportieren die sich woanders hin. Roppel. Welche? Hä, wieso springst du hier einfach nicht hoch? Hier, komm, hier. Komm hier nicht raus. Doch, lauf einfach weiter. Vielleicht funktioniert das. Okay, funktioniert nicht. Ich bin hier irgendwie gefangen worden. Wow. Ah, ich guck. Ah, hier, 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 hier. Nein. Verdammt. Verpack dich da doch hoch. Nee, geht alles nicht, weil das Dreierabstände sind. Verkackte Kacke. Das ist ja hier voll der Knast. Ich komme hier, ah, hier oben komme ich raus. Ja! Ja! Aha! Kennst du dieses Kid on Crack? Ja! Ja! Ah, ist eine Truhe. Ich habe noch eine Eisenhose. Ich habe zwei Goldrüstungen. Hier war dann immer die. Boop. Ich habe noch eine Goldhose. Das kannst du noch haben, das kannst du noch haben, das kannst du noch haben. Spinnweben sind auch cool. Wenn du was zu essen brauchst, sag Bescheid, Junge. Minion. Ach ja. Die Iron Leggings habe ich doch schon. Es leben insgesamt nur noch fünf Leute. Wir sollten mal in die Mitte laufen, weil die Truhen werden bestimmt bald aufgepickt. Komm mit, wir verteidigen die Mitte jetzt. Ja, warte. Ja, ich habe dich gesehen. Deine schönen goldenen Schuhe sind nicht zu übersehen. Ich war schon wieder in dir. Das ist ein Erlebnis, mit dem ich glaube ich nicht leben kann. Mit dem du überleben musst. Aber Selbstmord ist gerade fehlgeschlagen. Wo bist du denn? Ich meine Gas. Da kommen zwei, da kommen zwei, da kommen zwei, da kommen zwei. Hilfe! Oh, der hat ja Fein und Bogen. Stirb! Nein! Verdammt. Er hatte noch einen Schlag gebraucht. So ein Scheiß. Ja gut, ich will mal sagen, das war's für die Folge. 20 Minuten reichen, oder? Ich denke, das reicht ja. Ja gut, mach du mal das Auto hier, Schaffi. Boah, sag doch irgendwas. Man, du bist uns auch immer so kreativ. Ja, wir sehen uns einfach nächstes Mal, würde ich sagen. Ja. Mit dem guten Nils und der alten, mit der Liebe von der Doppel. Der dummen Kartoffel, dem wundervollen Nils und der hübschen, unbekannten Stimme im Hintergrund. Jojo, haut rein, tschüss. Ja. Ja.